Fersensporn Fersensporn natürlich heilen, um die durch den Fersensporn verursachten Schmerzen zu lindern, kannst du verschiedene Hausmittel verwenden. Gleichzeitig solltest du auf bequemes Schuhwerk achten, zumindest bis es dir wieder besser geht. Bei einem Fersensporn handelt es sich um einen knöchernen Auswuchs am Fasenknochen, der durch zu hohe Belastung, Druck und Reibung an dieser Stelle entsteht. Dieser Auswuchs kann sehr schmerzhaft sein, deshalb muss auf bequemes Schuhwerk geachtet werden, Stöckelschuhe sind auf keinen Fall zu empfehlen. In unserem heutigen Artikel erfährst du, wie du einen Fersensporn natürlich behandeln kannst. Was ist ein Fersensporn? Durch Überlastung kann es an der Stelle, wo die Fußplattensehne oder die Achillessehne mit den Fersenknochen verwachsen sind, zu kleinen Verletzungen oder Rissen und Entzündungen kommen, was wiederum zu Verkalkungen und mit der Zeit zu einem Fersensporn führen kann. Dieser kann starke Schmerzen verursachen, insbesondere bei Überanstrengung oder wenn man lange Zeit still hält. Diese Beschwerde ist auch als Haag-Lund-Syndrom bekannt, wobei insbesondere Frauen durch das häufige Tragen von Stöckelschuhen davon betroffen sind. Die Symptome treten vermehrt am Morgen und beim Gehen nach der Nachtruhe auf. Die häufigsten Ursachen für die Entstehung eines Fersensporns sind stressunpassende Schuhe, intensiver Sportübergewicht, falsche Haltung beim Gehen, langes Stehen. Die Symptome sind ganz einfach zu erkennen, denn zusätzlich zu dem Kalkanoissporn, der sichtbar ist, kommt es bei Druck auf die Achillesfase oder bei Belastung der Sehne zu Schmerzen. Es kann auch zu einem Kalkanoissporn auf der Fußsohle kommen, der durch Röntgen erkannt wird und bei dem es zu einer Ausbuchtung in Richtung Zehen kommt. Übungen gegen den Fersensporn Gerade wenn man an diesem Problem leidet, können bestimmte Übungen helfen, die Fase zu stärken. Doch auch Ruhezeiten sind sehr wichtig, um stärkere Schmerzen zu verhindern. Dehnungsübungen sind sehr wichtig, sie sollten nicht nur bei Beschwerden, sondern auch vorsorgend ausgeführt werden. Übung Eine Setze dich auf einen Stuhl oder das Bett und strecke den Fuß nach vorne, so dass er sich mit dem Bein in einer Linie befindet. Die Zehen so gut wie möglich nach unten biegen. Danach die Zehen nach oben zur Decke führen. Wiederhole diese Bewegung zehnmal. Übung 2 Eine andere Option ist, die Knöchel zu kreisen. Führe Kreise abwechselnd in beide Richtungen durch. Wiederhole in jeder Richtung zehnmal. Übung 3 Auch diese Übung kann sehr nützlich sein. Stehe an eine Wand und stütze die Zehenspitze eines Fußes ab. Übe mit dem Körper leichten Druck aus, um so die Knöchel zu stärken. Übung 4 Bein Tennisball kann sehr nützlich sein, um damit Übungen auszuführen und den Fersensporn zu behandeln. Stütze die Barfuße Fußsohle auf den Ball und Übedruck aus, während du kreisförmige Bewegungen durchführst. In der Nacht verwenden manche Patienten eine dorsale Nachtschiene, um eine Verkürzung der Achillessehne zu verhindern und die Plantare fasciert zu dehnen. Während des Tages können spezielle Einlagen die Schmerzen reduzieren und die Verkalkung korrigieren. Diese Einlagen sind an der Phase weich, um die Belastung beim Gehen zu dämpfen. Sie werden maßgefertigt, am besten konsultierst du deinen Arzt. Falls du gerne Sport treibst, sind Aufwärmeübungen grundlegend, um Verletzungen zu verhindern und das Problem nicht zu verschlimmern. Auch die richtigen Socken sind sehr wichtig, Personen, die keinen Sport treiben, sollten dies ebenfalls beachten. Hausmittel gegen Fersenspornübungen und Dehnungen sowie orthopädische Hilfen sind sehr wichtig und können in Kombination mit verschiedenen natürlichen Heilmitteln verwendet werden, um Schmerzen zu reduzieren und den Alltag zu erleichtern. Apfelessig Apfelessig ist in vielen Küchen sehr beliebt, er kann jedoch auch für die Gesundheit der Füße verwendet werden. Einfach etwas Watte mit Apfelessig trinken und damit die betroffenen Stellen einreiben. Eine andere Möglichkeit ist ein Fußbad mit Apfelessig und lauwarmem Wasser zu nehmen. Entspanne deine Füße darin bis das Wasser kalt wird. Eis Wenn Schmerzen entstehen ist es wichtig die Schwellungen zu reduzieren. Hier kann Eis sehr nützlich sein. Einfach ein paar Eiswürfel in eine Plastiktüte geben und auf die betroffene Stelle auflegen. Du kannst auch die Füße in Wasser mit Eiswürfeln baden. Kurkuma Dieses intensivgelbe Gewürz kann nicht nur in der Küche verwendet werden. Es wirkt stark schmerz- und entzündungshemmend und ist deshalb auch bei einem Fersensporn sehr nützlich. Dies ist dem darin enthaltenen Wirkstoff Kurkumin zu verdanken. Du kannst damit verschiedene Speisen würzen und auch eine Paste mit etwas Wasser zubereiten und auf die Füße auftragen. Salz Ein Fußbad mit Salz wirkt entspannend und entzündungshemmend. Nach langem Stehen oder nach dem Tragen unbequemer Schuhe empfiehlt sich dieses ganz besonders. Gönne dir jeden Abend, wenn du nach Hause kommst. Ein Fußbad mit Salz Leinsamen Ein Leinsamen kann auf unterschiedliche Weise verwendet werden. Wir empfehlen dir beispielsweise, damit Umschläge zu machen. Eine Handvoll Leinsamen aufwärmen und in ein Tuch einschlagen. Dieses auf die betroffene Stelle legen und danach abwechselnd heiße und kalte Fußbäder nehmen. Ja, genau das ist alles ganz besonders. Das ist die Zirk